Welches Tierchen sitzt denn hier auf dem Arm der schönen Dame? Das ist ein Hermelin. Noch besser ist es unter dem Namen Wiesel bekannt. Eine Legende erzählt, dass ein Wiesel lieber sterben wollte, als ein schönes, blitzblankes, weißes Winterfell im Schlamm schmutzig zu machen. So wurde das weiße Hermelin-Fell im mittelalterlichen Europa zu einem Zeichen für Reinheit und Unschuld. Mit Reinheit ist nicht etwa die tägliche Dusche gemeint, sondern das reine Gewissen, die Moral. Das weiße Winterfell wurde als besonders wertvoll erachtet und durfte, wie der purpur gefärbte Mantel, nur von adeligen Familien getragen werden. Kaiser, Könige und Fürsten und der Papst trugen Mäntel aus Hermelin-Fell. Warum dieses Hermelin mit auf unserem Bild ist, ist ein kleines Rätsel. Viele Forscher haben dazu verschiedene Geschichten oder eventuelle Lösungen gefunden. Solche wissenschaftlich erforschten Geschichten nennt man Theorien. Die erste Theorie besagt, dass die griechische Übersetzung des Namens Hermelin ähnlich klingen würde wie der Nachname der Dame. Die zweite Theorie ist etwas komplizierter. Im Mittelalter gab es eine Gemeinschaft, die sich der Hermelin-Orden nannte. Und die Dame kannte einen Herrn, der zu dieser Gemeinschaft gehörte. Das durfte aber niemand wissen, weil er verheiratet war und die Dame auf dem Bild seine Geliebte war. Darum wollte man lieber nur mit einem kleinen Symbol ihre Verbindung aufzeigen. Die dritte Theorie besagt, dass das Hermelin das Schutztier der Schwangeren sei. Und tatsächlich, kurz nach der Fertigstellung des Gemäldes hat Cecilia Gallerani einen Sohn geboren. Welche Theorie wohl stimmen mag? Welche Lösung gefällt dir am besten? Welche Geschichte würdest du zu diesem Bild erzählen?